Ich habe keinen dabei, aber wenn es dir dermaßen wichtig ist, werde ich versuchen einen zu finden. Hehehe, nach Outlawfragen. Was wissen wir über Outlaw? Die Person dahinter verwendet ganz sicher verschiedene Konten und Charaktere. Seit kurzem ist sie als Outlaw unterwegs. Sie war in grumme Geschäfte mit Blackhook verwickelt. Ein berüchtigten Hacker und Betrüger, der permanent vom Spiel ausgeschlossen wurde. Hook ist ein Fiesling. Er hat Mr. Adams von der Bank gehackt und ihm einen gemeinen Namen gegeben. Der nächste Patch sollte es beheben. Fragen, womit er sich beschäftigen wird. Und was machst du in der Zwischenzeit? Ich werde Beweise gegen Outlaw sammeln und die Admins über unsere Pläne informieren. Außerdem habe ich Verpflichtungen im Realium. Fragen, was er von dir erwartet. Was genau erwartest du von mir? Ich möchte, dass du herausfindest, ob Outlaw sich noch im Gildenhaus versteckt oder nicht. Warte bei Sonnenuntergang im Saloon auf mich, wenn du alle Antworten gefunden hast. Dann schmieden wir einen Plan. Oh, warte kurz. Ich will dir noch schnell das Willkommenspaket geben. Der Sheriff öffnete mit einigen Handbewegungen das Spielmenü. Willkommen in Harvest Time. Bitte akzeptiere dieses kleine Geschenk. Du hast drei Überraschungsgeschenke erhalten. Ich kann kaum erwarten, sie für dich zu öffnen. Komm zurück zu deiner Fahrt. Du hast 500 Goldmünzen als Geschenk erhalten, mit denen du dolle Dinge kaufen kannst. Zum Beispiel von mir. Ich erwarte. Ich warte auf dich. Ja, ich danke dir mal. Danke, Sheriff. Das ist eine nette Geste. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Ich sollte besser gehen. Ich muss ein paar Dinge im Realium erledigen. Ich hatte noch immer eine Verpflichtung gegenüber Stanley. Ich musste herausfinden, was hinter dem Problem der Orangefarben entsteckte. Ich wünsche dir viel Glück. Erreichte mir die Hand. Okay. Bis später, Sheriff. Wir sehen uns bei Sonnenuntergang. Geh im Deck. Der Sheriff tippte mit einem Finger an die Krempe seines Huts und verließ das Spiel. Eine Frau im oberen Stockwerk winkte mir zu und deutete auf die Treppe, die die Außenwand des Salons säumte. Ich heiße Lianne. Wir könnten uns gegenseitig helfen. Ich warte hinter dem Salon auf dich. Die Frau, Lianne, musste unser Gespräch mitgehört haben. Sie wollte sich mit mir außerhalb des Salons treffen. Oh Gott, wo ist denn hier eine Tür? Äh, wie soll ich denn hier eine Tür finden? Achso, hier lang. Hinter dem Salon hat sie gesagt, ne? Shit, wo ist denn hier hinter dem Salon? Ach hier, unterhalten wir uns dem Deck. Die Frau sah elegant und ernst aus. Sie blickte sich immer wieder um, als hätte sie vor etwas Angst. Als sie mich bemerkte, nahm ihr Gesicht gebieterische Züge an. Du bist ein Game-Deck, nicht wahr? Okay, ja. Ja, ich arbeite hier an einem Fall. Ich habe zufällig dein Gespräch mit dem Sheriff mitbekommen und habe einen einfacher, aber lohnenswerten Job für dich. Bring mir Informationen über den Sheriff, wer er ist, was er tut, wie viele Nullen auf seinem Kontoauszug sind und so weiter. Alles, was du mir über sein Leben im Realium erzählen kannst, ist für mich nützlich. Kann ich auf deine Hilfe zählen? Fragen, warum sie diese Informationen benötigt. Wozu brauchst du diese Informationen? Ich erwäge mit ihm eine finanzielle Vereinbarung einzugehen. Ich möchte wissen, ob er erzählungsfähig oder unvertrautig ist. Ob er zahl- ach, zahlungsfähig und vertrauenswürdig ist. Mehr nicht. Ja, okay. Also gut, ich werde ihn überprüfen. Wunderbar. Sobald du diese Informationen erhalten hast, begib dich bitte zum Gildenhaus. Ich werde dort auf dich warten. Sag Opa Ed, dass du für mich arbeitest. Er läd dich dann in die Gilde ein. Ich fühlte einen plötzlichen Luftzug. So, als wäre jemand dicht an mir vorbeigegangen. Ich sah jedoch niemanden. Ich setzte mein Gespräch mit Lian fort. Es tut mir schrecklich leid. Ich war für einen Moment abgelenkt. Ja, das ist mir aufgefallen. Nun, das ist alles. Es sei denn, du hast weitere Fragen. Fragen, was sie im Spiel tut. Was hast du alles in Harvest Time gemacht? Die Frau lachte lauthals. Ich habe ziemlich alles gemacht. Ich habe eine erfolgreiche Farm geleitet und war in der Spitze der Bestenliste. Nun, äh, nun bin ich wegen der Leute hier. Die Community ist einzigartig. Leider kann man nicht jeden trauen. Daher habe ich dich um Hilfe gebeten. Was weißt du über den Sheriff? Ja, ich habe gehört, dass er hier sehr respektiert wird. Alle sagen Gutes über ihn. Was denkst du? Ich vertraue dem trotzdem noch nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, ihm nicht zu vertrauen. Ja, oder? Das Gefühl habe ich auch. Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Tschüss. 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 So, aber ich würde sagen, ich mache für heute Feierabend. Das ist jetzt vier Stunden permanentes Lesen. Das geht ganz schön auf die Ohren und auf alles. Ich habe jetzt gerade gemerkt, wie ich schon so... Ja, mal gucken. Ja, mal gucken, ob jemand zum Raiden online ist. Geradet haben wir ja schon lange gehen mehr. Ob ich irgendeinem Clean Account folge, dem man mal so ein bisschen im Clean gefallen tun könnte. Na, die sind alle gut versorgt und die spielen auch so Sachen, wo ich sage. Naja, da muss ich eigentlich nicht unbedingt... Oder? Dann mal. Wann bin ich in ihr reingefolgt? Hm. Aber ich glaube, das passt halt auch nicht so wirklich. Ach, Mia. Null. Kann ich da rüber? Kann ich gar nicht. So, aber wie gesagt, wir machen für heute Feierabend. Morgen 13 Uhr würde ich hier weitermachen wollen. Ist ein cooles Spiel. Aber es ist halt auch für mich als Streamer sehr, sehr anstrengend. Dadurch, dass da wirklich viel zu lesen ist. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Kommt gut in den Sonntag rein. Und dann sehen wir uns morgen 13 Uhr wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.